Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, Augustinerhütte ist das Ziel unserer heutigen Wanderung gewesen. Wir haben es tatsächlich geschafft und jetzt ist halt Aufbruch angesagt, war sehr, sehr schön. Sehr nette, gemeinsame Erfahrung und ja, jetzt geht es wieder in Richtung Heimat. Hier unten ist die Schwächert und wir fahren dann, ich würde sagen, wir gehen. Gehen ist vielleicht doch die richtigere Bezeichnung und jetzt geht es in Richtung Heimat. Ende. Ja, ja, ja.